Und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft Adventure Maps, unserem neuen Spezial. Und da sehen wir auch schon den Fuzzle-LP. Wir haben letzte Folge geendet, hier kurz vor Stage 2, vor der Stone Stage. Und ich würde mal sagen, wir reden jetzt gar nicht viel rum, da sehen wir schon den Player und auch schon den Fuzzle-LP. Ja, ich habe ja letzte Aufnahme bzw. letzte Folge schon bis hierhin geschafft. Und gleich geht es auch weiter mit der Stage 2. Wir spielen hier ja 500 Jumps to Success. Wir haben jetzt schon 50 Jumps geschafft und ja, das heißt, es folgen noch 450. Und jeder Stage wartet immer der, der warten wir immer. Also wir tun uns quasi über die Stages, tun wir dann wahrscheinlich getrennt, also bis jeder durch ist. Genau. Und an der Stage warten wir immer. Genau, also das heißt, wir warten nicht bei jedem Bett, sondern wir warten halt am Ende von der Stage. Warten wir dann aber so, jetzt beginnt hier ja wieder eine neue Stage. Und hier warte ich jetzt eben ab, bis die beiden anderen auch hier sind. Das ist ja selbstverständlich, weil sonst ist ja irgendwann mal einer ganz vorne, einer ganz hinten. Und so haben wir das Ganze ein bisschen im Überblick und können noch genau sehen, wer was macht. Oh Mann! Wer war denn das gerade eben? Das war ja ziemlich ärgerlich. Ähm, ja. Aber wie wir sehen, wir können ja mal eher über den Game-Mode gehen. Da unten liegt eine Million. So. Und jetzt können wir den anderen beiden mal etwas zugucken. Ja, wir sehen auch schon, die beiden, die sind eigentlich... Ah, schade. Der Player, das ist der Leon, der wir hier gerade im Bild sehen. Ähm, der ist jetzt gerade ja schon auf den letzten Sprüngen hier. Und mal gucken, ob er das jetzt hier bekommt. Mal gucken. Na komm! Nein! Oh, jetzt bin ich noch... Ey, nee, komm vor dem Mongo. Nein! Oh, der letzte Sprung. Ich muss aber wirklich mal sagen, der letzte Sprung ist ziemlich bescheuert. Du hast den beim ersten... Ich hab ihn... Und das ist jetzt der Wahnsinn. Ich hab diesen Sprung beim ersten Mal geschafft. Also ich kann ihn ja gerne nochmal mit euch machen. Da. Wie ist das eigentlich? Ja, ich hab's geschaut. Hat aber auch... Tobi macht das Ganze mal aus der Third Person. Das ist voll witzig. Ähm, ja. Das sieht so witzig aus, wenn es Menschen so läuft. Ja, jetzt macht mal hier bissel... Macht mal bissel, ich will nicht die ganze Folge euch hier beobachten. Ja, okay, geht klar. Ja, wir können ja auch zu dir kriegen, wenn du willst. Nein, das werden wir nicht tun. Und, ähm, ja, das Getroll ist wieder ganz vorne mit dabei, ne? Komm, jetzt schafft es, jetzt schafft es doch mal endlich. Das kann doch nicht sein. Ah, Tobi, hör auf, du... Hey. Perfekt, Tobi. Oh, du musst doppelt sprungen und dann auch... Oh, dann bist du nach hinten weggelaufen, du Trottel. Und ihr müsst dann versuchen, nach hinten... Äh, wenn ihr dann auf diesem, wenn ihr diesen Sprung macht, müsst ihr auch Dings gedrückt halten. Irgendwann raus aus dem Creative Mall. Ja, okay. Leon, das ist nicht erlaubt, schon am Anfang auch da. Wer das, äh, wer sich dem widersetzt, der wird gebannt. Wo geht denn der da hin? Oh. Ups, ich bin draußen. Ups. Oh, verdammt. Eine andere Dimension gefallen. So. Dimension, Trollen. Fuzzle-LP, komm, jetzt schaff es doch endlich mal, Tobi, bitte. Nein! Oh, Mann. Hey, das kann doch nicht sein. Ja, ja, äh, du kannst ja so rechnen. Egal, ob ich's schaffe oder nicht, im Endeffekt. Was im Endeffekt? Nicht zu weit springen, Leon. Hä, ich seh den Leon noch gar nicht. Oh, da ist er ja. So, jetzt hoffentlich... Ey, willst man endlich schaffen. Man kann aber nicht nach hier springen, oder? Ich glaub, wenn der Leon mich einholt, bin ich dran. Hallo, Leon? Bitte, 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 bitte. Leon, sag mal was. Ja, ja, ja. Wie kann ich mich selbst nicht wiederbeleben? Ah, doch, hier. Komm, hör auf mich, immer zu hauen, ey. Au, ey, du hast mich beinahe auf den Block geschlagen. Okay, wir können uns gerne in der Steinwelt widerschlagen, aber jetzt nicht, okay? Ja, jetzt absolute Waffenstechstand. Ja, Waffenstechstand mit so einem hellen Stummel. Ich soll, dass man eine Waffel, Waffelstechstand macht. Nein, warum? Der Sprung, der geht nicht. Hast du gecheatet? Der Sprung, der geht nicht. Der ist zu weit weg. Der Marvin hat bestimmt irgendeinen Block weggenommen. Ja, ich glaub auch, der Marvin hat hier einen Block irgendwie weggenommen. Und der Marvin, der ist auch grad ein bisschen still irgendwie. Hallo? Marvin? Der ist bestimmt gemutet. Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich hätte mich nur kurz gemutet. Gemutet. Boah, das gibt's nicht jetzt. Keine Muten. Das ist so eine Serie, da war so ein großes, blaues Viech. Wenn man dem, ich glaub, Nippo hieß das. Wenn man dem was zu fressen gegeben hat, würde der so fett. Das war voll herlurch. Und wenn man dem was zu fressen gegeben hat, würde der so total fett. Tobi, was hab ich denn geschlagen gesagt? Hör auf, mich zu schlagen. Was hab ich nicht geschlagen? Das war der Marvin. Der Trashbob hockt da hinten, irgendwo bei den Betten. Ja, der, frag ich, der hat dich mit vollem Bogen abgeschossen. Boah, das gibt's nicht. Habt einer von euch grad? Ja. Schon gut. Alles klar, dann mach. Da steh ich grad in dir drüben. Ja, ich würd sagen, wir schneiden die Folge dann gleich mal zusammen. Und zwar müssen wir mal ganz kurz pausieren, ich muss ganz noch was machen. Wir sehen uns dann also gleich wieder. Bis dahin, macht's gut Leute, ciao. Und damit auch wieder herzlich willkommen zurück im Part 2 unserer Adventure-Map-Folge 500 Jumps to Success. Wir sind zurück. Und letzte Folge haben wir ja genau hier gestoppt. Ja, genau. Oh nein, schon wieder runtergefahren. Mit dem Nexus XL Akaleon und dem Fuzzle LP, dem Tobi. Der hat sich jetzt übrigens umbenannt. Genau, der hat sich jetzt umbenannt, hat alles jetzt gut geklappt. Und jetzt seht ihr hier auch die letztendlichen... Oh, jetzt verreckt doch endlich. Oh, ich treff unten auf und dann dauert es fünf Minuten, wenn ich verreckt bin. So, und wie wir sehen, die beiden haben diese letzte Challenge. Die haben wir nicht geschafft. Gleich geht sie dann zur Stage 2 Stone. Und bevor wir damit aber anfangen können, müssen erstmal die beiden noch den letzten Abschnitt von der Dirt Challenge schaffen. Oh, es ist ja nicht schlimm, dass ich, ähm, dass ich nicht, äh, beim ersten... Schlimm ist ja nicht einmal runterfall, dauert es eine Minute, bis ich wieder verantworten kann. Ja. Tobi, los, einfach so leck. Beim Black ist auch, weil die Hefte der Map gar nicht mehr da... Ja. jetzt ist es schafften amorten muss doppeltsprung mit dem die arme m m vormann bei goma und leuten einfach schnell die ich den rest der welt nein oder nicht Prozent er genau wenn ich spoilern sehr scheiß aber er hat es drüber gesprungen jetzt aufkommt und jetzt machst du es Doppelsprung und dann richtig hochgucken Perfekt super da das geschafft der Tobi und zwar nur noch mal auf den Tobi hier muss ich hinlegen Leon Schilmer das ist auch schon wieder Tag Wahnsinn wie schnell das hier geht in Meinungschaft unglaublich Na komm mach einfach weiter ne wir machen nicht weil wir warten schön auf dich die Leute sollen ja auch sehen wie gut du bist ja verdammt aber du wirst es jetzt schaffen Leon wir glauben fest an dich gell Tobi der Nixus der schafft das nicht der ist zu dumm dazu er schafft das nicht und er ist wieder runtergefallen n hallo ich bin der Leon ich bin gleich hey du wirst du schaffst nicht mehr ein Fruchen jetzt komm schaff mal ein paar ein vollgewicht ollea du fällst schon beim ersten Sprung wie dieser Mensch hat mein Tasse ey so können wir dann gucken wir aber es ist schlecht weil wir wollen gerade ein neues Projekt anfangen ha 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 ihr müsst auch hätten runtergefallen ha 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 Köln verdammt alle er jetzt kommen naja der ersten Sprung unglaublich weil wir dann Checkpoint machen das war aber die auch in der Plumpen ja da ein paar Jahre er immerhin drei Sprüge als wir haben du gehst auch wie ein Zöpfchen ich frage mich wie bei der Falle gehalten hast wir nennen ihn Leon das Zöpfchen wenn wir ich probiere die auch kommen jetzt ich will auch ein Medikament sein dass er immer in den Arsch geschoben wird aufkommen jetzt schaffst du jetzt Prozent ganz kurz mit aber ganz gut und zeigen Eierer Kumpel wer ist in dem und dann gibt es noch richtig das habe ich nicht vor allem er der Block ach so ach so Oh, ah, cool. Alter, die Map geht noch so übelst ab, ich glaube, wir werden, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher weitermachen, werden wir für die Map 500 Folgen brauchen. Locker. 500, ein Sprung für jeden Jump, ne, 500 Jumps. Ja. Auf, komm jetzt, Leon, das schaffst du jetzt. Leon, komm. Wir glauben fest an dich, Leon. Ey, wenn mich jetzt die ganze Zeit hier nervt, wirst du verpistet. Jetzt schaffst du's, jetzt schaffst du's. Witzig ist, wenn du nachher zu dem Sprung kommst, wo der Tobias die ganze Zeit gefällt hat. Und ich spiele einfach, da hab ich auch auf, bei der Probe gesehen. Jetzt, 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 jetzt. Ich schaff das. Nein, o, Leon. Leon, lass mich doch mal nach unten gucken. Oh, meine Fresse. Ich will das auch noch mal machen. Ja, ich auch. wieso bleibst du nicht einfach im Game Mode ja weil wenn du ja einen Doppelsprung machst dann gehst du ja du musst ja nur Rennen und Einsprung machen so Doppelsprung kannst du ja nur einen Sprung machen ah ich hab's geschafft ich hab's geschafft ey der Sprung hier ist echt krank ich glaub das dauert hier noch kurz bis der Leon da ist zweifelst vermute ich auch mal aber wir können es ja schon mal ein bisschen so komm 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 spiel einfach weiter ich schaff das schon nein wir spielen nicht weiter wir bleiben jetzt konsequent weil wir nämlich Herr Tobias und ich nach einmal fällen wollen wir dass du nämlich auch äh wartest auf uns vielleicht bringt es ja Glück wenn ich von unten gucke nicht so unrealistisch denken Marvin komm baum mal ne Lapp ja das stimmt Tobias auch weil du Brücken geschafft hab's nochmal geschafft ich versuche es nochmal für die Zuschauer oder möchte ich das auch nochmal sehen dass ich auch geschafft habe Tobi Tobi ohhhhhh ich schaff's jetzt ich schaff's aber ich schaff's ich schaff's ich schaff's Doppelsprung ja ja er hat es geschafft wird es gedacht nach der Wahl ist jetzt mal kurz okay ja schon in der TV ist ja unglaublich in der innerhalb der zweiten Folge haben wir alle drei die erste Stage geschafft unglaublich ich brauche auch jetzt wie viel Stage es gibt es sind wir haben vielleicht 50 ja rechte doch mal werden die Pro Stage 10 Blöcke und es gibt 500 Blöcke also also 40 nein wo willst du wissen dass Pro Stage äh 50 Sprünge kommen ja es könnten ja auch weniger sein dann aber es sind bestimmt so naja ich denke mal dass wir schon viele Aufnahmen brauchen wenn man so vergleicht mit anderen Let's Playern die haben jetzt schon locker also ich weiß nicht jetzt mal ich mich auch schon mal eine zweite Folge angeguckt und die waren schon einfach weit oben ja du redest zu dann höre dich eh nicht so nein ohhhhhh ich war schon so weit vorne ohhhhhh ich renne mal wieder drüber hallo jetzt vor mich doch hätte bei mir stehst du hier was rennt der einfach drüber oder was du willst Krieg du kriegst Krieg hallo 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 ich glaube jetzt muss ich mal schaffen also das ist ja schon wirklich wo seid ihr beide ja am Anfang hi 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 hallo jetzt spring nicht wieder drüber du kleiner Mungo oh verdammt bei mir fällt es grad auch hallo boah das war knapp boah gleich hab ich geschafft NEIN Tobi Tobi ich war schon so weit jetzt würdest du wahrscheinlich nicht da responden spawnen wolltest was was hast du die Betten abgebaut oder was hast du die Betten abgebaut oder was ich hab nur deines abgebaut um sicher Tobi du lauter das bringt aber nix bei Adventschaps du du alter Lümmel ja ich steh grad mitten in irgendeinem von euch drin um du hast recht geschafft Tobi alter jetzt war ich mal ich hätte fast dieses Challenge wieder geschafft und dann aber wir haben ja gesagt wir machen ja immer bis zum Ende einer Stage und da warten wir dann erst ne also nicht nach jedem also nicht nach jedem ja geschafft geschafft nur komm ey was ist das zum Müll ich steh in der drinnen ey so als bin ich natürlich nach unten laufen na da bist du Marvin ey lass mal nacht drin Tobi nacht scheiße ne lass mal nacht drin dann mach ich wieder Tag ne das sieht man blöd aber auch immer für mich ich glaube drüber weil das wird auch richtig hart leid freut mich schon mal drauf so ist nicht vor Ort n Uhr es dumm ist der Peri ich würde die eigentlich alles schaffen aber ja genau ruckel 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 ja geschafft also das danach ist einfacher nahr 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 scheiße nahr nahr also bei den ersten sprung oder boah warum springt er denn nicht glaubst du das denn nein nahr 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 wunderschöf nahr wo heute bin ich zu weit nach hinten am schlimmsten ist wenn du einfach so unnötig stürzt wenn du zum Beispiel Anlauf nimmst nach hinten runterfällst ja oder du nimmst Anlauf springst aber nicht oder du lümmelst durch irgendwo ne Ecke und kommst nicht raus ja genau bei mir ist der Leon irgendwie die ganze Zeit in der Luft ja bei mir bist du auch freundlich bei mir oder oder scheiße jetzt kommt er schon wieder da rüber da rüber Tobi gehen wir noch nicht zu weit weg wenn zwei noch so weit hinten sind ja wir haben doch wir müssen schon mal die festen Regeln machen ich geh jetzt bis zur nächsten hallo spring doch mal Alter das ist hart das ist hart da kommt erst dieser Sprung den du am Ende von dieser Erd-Challenge machen musstest und dann kommt ein noch schwierigerer wirklich der absolute Hammer wieder so und nicht die kann man auch keinen Anlauf nehmen wegen diesen scheiß Betten ich glaube ich baue gleich mal hier das Bett in der Mitte ab weil das brauchst sowieso niemanden behindert es einen nur ey das ist übertrieben ja okay also ich würde sagen bevor ich jetzt hallo bevor ich jetzt wieder hier hochgehe stoppt mal ganz kurz und ich würde sagen damit ist der zweite Part nämlich jetzt auch zu Ende weil wir haben ja noch im ersten Part ein bisschen ein paar Sequenzen aufgenommen und bevor ich jetzt hier ein zweites Mal starte würde ich sagen sehen wir uns bleib bitte da stehen Leon A was ihr gefällt sehen wir uns ich leide ich auch da oben fassel.ip sehen wir uns im nächsten Part bis dahin macht's gut Leute ciao tschüss 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 tschüss